In diesem Video lernen Sie den Product Backlog mit dem Akronym DEEP zu verbessern. Im Product Backlog werden alle Anforderungen an ein Produkt verwaltet. Ein guter Product Backlog hat vier Qualitätspunkte zu erfüllen. Er ist Detailed, Detailliert, Estimated, Geschätzt, Emergent, Ändernd und Prioritized, Priorisiert. Die Anfangsbuchstaben dieser Begriffe ergibt das Akronym DEEP. Nachfolgend werden diese Punkte näher erklärt. Zuerst zu Detailed, Product Backlog Items mit hoher Priorität sind soweit detailliert, dass diese direkt in den Sprint übernommen werden können. Grobe Ideen EPICs sind im Product Backlog noch weniger detailliert. Aufgrund zunehmender Erfahrung können diese dann zu gegebener Zeit effizienter detailliert werden. Zu Estimated. Jedes Product Backlog Item benötigt eine Schätzung, zumindest dann, wenn es bald in den nächsten Sprint aufgenommen werden soll. Die Schätzung in Scrum wird in der Regel mit Story Points oder Idealtagen, Idealstunden ausgedrückt. Zu Emergent. Ein Product Backlog ist niemals final. Es ist lebendig und passt sich den Bedürfnissen an. So werden bestehende Product Backlog Items entfernt, neue Items hinzugefügt, die Reihenfolge geändert. Zu Prioritized. Im Product Backlog ist die Wichtigkeit bzw. Reihenfolge der Items jederzeit ersichtlich. Es gibt keine zwei Elemente, die gleich wichtig sind. Das wird in Scrum mit einer relativen Priorität umgesetzt. Relativ bedeutet dabei, dass jedes Item immer ein Element hat, das wichtiger bzw. weniger wichtig ist. Dies gilt selbstverständlich nicht für das erste und letzte Item. Deep kann als Checkliste gebraucht werden. So können diese Punkte auch in die Definition of Ready übernommen werden. Hier noch die Zusammenfassung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.